Hallo zusammen, Eizocke hier. In diesem Video zeige ich euch die Quest Nachricht für Telab anzunehmen bei Landwessor von der Klinge in Nagrand an dieser Position. Rechts unten im Bild seht ihr zu jeder Zeit die Koordinaten wo ich mich befinde. 4 Quests waren, soweit ich weiß, Beweismaterial und sich für den Gefallen revanchieren. Sie ist da oben. Die Quest ist angenommen. Ich nehme die Quest auf während des Patches 9.0.5, also Anfang Shadowlands. Das Ganze sollte aber auch in BC Classic funktionieren. Wie ihr seht kann ich fliegen, ich fliege aber in der Nähe des Bodens, damit ihr meine Wege besser nachvollziehen könnt. Hoffe das hilft euch. Und falls die Quest anders ist als hier gezeigt, also in BC Classic, dürft ihr euch gerne in den Kommentaren beschweren oder aber auch live auf Twitch. Link dazu gibt es in der Videobeschreibung. Auf Twitch bin ich am Wochenende, also Samstag und Sonntag ab 6.00 Uhr in der Früh online. Unter der Woche Dienstag und Donnerstag ab ca. 17.15 Uhr. Also da können wir es gerne ausdiskutieren. So, da bin ich auch schon. Nun geht es hier durch dieses Haus. Und da bin ich. Die Quest ist abzugeben bei Avechron. Avechron, Entschuldigung. Ich hoffe, mein Video konnte euch helfen. Falls ja, dürft ihr gerne auch mir helfen, indem ihr das Video positiv bewertet und oder meinen Kanal abonniert. Dafür blende ich euch auch hier in der Mitte so einen Abonnier-Knopf ein. In der Videobeschreibung findet ihr den Link zu meinem Twitch-Kanal. Eventuell sehen wir uns mal live. Heizocke, Ende. De... Deine... Untertitelung des ZDF, 2020